Boah, Kavali in Superform. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon an? 50 Daumen stöhnen. Die nächste Woche musst du gar nicht mehr aufnehmen. Wie sieht die Dinger aus? Wo ist es offenschen? Wo ist man auf da? Boah, geh hin da! Oh, Bäh, ey. Ach so, komm mal mal einer Pinky. Tch, tch, tch. Ich muss noch mal eine Flasche. Oh, ne Gute! Nein, oh, iiii! Boah, was war das, ey, so ein Abtropfer! Oh, Kavali! Oh, ich dachte, der kriegt den noch. Sehr gemalt. Ach, schau. Geht er hin oder? Ich muss sagen, Real ist eigentlich unschlagbar. Spiel auf den Ball, hallo? Ohhhh, Kollege! Kein Kommentar. Da, das... Boah, jawohl. Da brauchst du überhaupt gar keinen Kommentar abgeben. Da darfst du nicht mal einbauen, ey. Ja eben, die Szene erklärt dir, was er ist. Ohne Worte. Boah. Ohne Worte, ne? Jawohl! Ohne Worte. Ohne Worte! Oh, nein, oh! Da... Ohne Worte! Ohne Worte! Ohoow! Ahaha! Kollege! Was macht ihr denn da, eyh? Oh, man, ihr sollst nochmal konzentrieren ja, eyh. Der läuft doch einer Tor durch. Das sind so überbezahlt die Leute. Das darf nicht wahr sein. 20 Millionen verdient der Spieler. Das darf nicht wahr sein. 20 Millionen. Das sind 20 zu viel. Ja, warum geht denn die Kinder? Naja, 1 Euro verdient er ja schon durch seine Frisur, ne? Allein die B-Drechnung... Mach ihn rein nach! Ah, Manni, du... Ich hasse ihn... Ich muss ihn töten jetzt... Warte mal, warte noch mal einen Moment... Aber das kannst du auch nur aufgrund seines Ausnehmens. Tschööö, Lupes! Und jetzt da vorne steht er. Super! Manche Spieler hier drin sind so richtig realistisch gemacht... Und andere sind so grottenmäßig. sich z.B. Cavani sieht in echt eigentlich cooler aus. Aber hier im Spiel sieht er so extrem hässlich aus. Muss man einfach mal sagen. Muss man mal sagen wie sie... Ja, da darf man kein Plattformen mitnehmen. Oh, warum lupst du dich? Oh, Kotchi steht da eher auf die flache Methode. Oh, Ibra! Was wird er machen? Oh, knallt er das Ding auf. Historia-Klase. Tradition. Mein Spanisch ist nicht das Beste. 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 Aber fast zu gut wie Deutsch. Es ist eindeutig zu spät oder zu früh. Eins, zwei, zwei. Mein Spanisch ist nicht das Beste. Oh ja. Ey, sieh doch einfach mal ab da. Oh ja. Fernschuss, Kotchi. Oh. 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 Das ist ein falsches Ding auf. Oh. Oh. Das kann doch nicht wahr sein hier. Leute. Mach den mal frischer. Ne, da kommt rein. Allein Alex, der Typ der ist 32. Ich weiß nicht, das kann doch nicht angehen, dass er so schnell ist. Schnell ist gut. Wirklich schnell, der ist schnell. Los, Ebru AG! Was ist da denn? Oh, super Pipels! Klasse Pipels! Alter, rein zuvor das Tempo raus. Oh, der ist verletzt! Ist er jetzt echt richtig verletzt? Ich glaube, er lacht. Naja, ja. Ich glaube, er kann mal wieder humpeln zum Stich. Boah, wo schießen wir denn im Ende? Schnibli doch, aus der Situation kannst du Schnibli gehen. Ja, wenn Schnibli dann... Boah, ich bin mit der Außendrein vorbei. Oh, Alter, ich glaube das nicht. Ich krieg ja auch zu viele, das kann alles nicht mehr. Ibrahimovic will schon mal vorbereiten. Ich muss sagen, das ist ein echt schönes Stadion. Also, La Bombera. Ja! Das ist ruhig, ja. Boah, Kamani! Keine Absatzung! Schieb da an, wie so ein... Oh, Mann, mach den rein da! Boah! Wieso denn da flossen? Ich krieg zu viel, ich krieg echt zu viel. Alter, allein wie der angetreten ist. War das richtig angetreten? Ja. Kannst du auch sagen, eingetreten. Wirkt hier irgendwie Madrid. Das war natürlich schlecht. Oh, oder? Das war natürlich schlecht. Das war natürlich ganz schlecht. Oh! Der Dambu! Der Dambu! Der Dambu! Mit der Haki! Mit der Haki! Nein! Abseits war das so! Oh! Schweine! Der Dambu! Das ist doch nicht so ein Ernst! Ja, oder, Mann! Voll! Das ist doch echt! Okay, das war jetzt mal ganz wenig Glück, aber man sagt. Boah! Das gibt's doch nicht! Und Kamani läuft! Warum machst du keinen Pass in Lauf? Los, spiel den Ball doch da! Meine Fresse! Was macht der da? Was macht der denn da? Mann, ey, der war so perfekt drinne! Schön mit der Hacke hatte ich immer! Oh, je, 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 je! Stehen die da immer so? Ja! Echt? Die Torhüter? Ja! Jo! Das sind ja irgendwie komisch aus. Komm! Knüppel das Ding ins Auto! Ja, Alter! Schiss! Komm Ball, Junge! Das war echt unnötig! Das war wieder so was doch unnötig! Los, hol den Ball doch! Oh, LaVetsi! Oh, das geht gar nix! Oh, es geht doch hin zum Ball! Meine Fresse! Los, LaVetsi! Ich mach ihn schnell den Ball! Nein! Nein, der ist dran! Das war defrains! Das war geklaut! Oh, nehm doch den direkt mit dem Ball! Nein! Nein, schieß doch auf! Oh! Der Penner! Wie war das Penner? Manchmal, darf man sagen! Ja, in dem Moment, da muss ich sagen! Wieso lauf der denn dann? Wieso lauf ich dann zu ihm zurück? Oh, jetzt machen die da! Was? Machst du ne Flanke? Ja, mach ich doch selber rein, Pippe! Hey, die schieß ich auf den Kabel in Berlin! Was machen die da? Was machen die da? Wüffeln die da unten bei oder wie? Oh, Mama! Oh! 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 Geh doch hin! Tobert hat auch gar keine Lust, das Spiel schnell zu machen! Er sagt, er will in die Halbzeitpause! Ja! Alter! Ja, den nimmt, ne? Perfekt! Mann, 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 Mann! Aus der Luft! Leider, aber spannend kleben, ne? Oh, ja, ja, ja! Oh, ja, ja! Oh, ja, ja! Oh, ja, ja! Also, das ist schon ziemlich hartes Kabel, ich sage! Ich bin mal richtig gespannt, wie die, äh, hier... Dings aufnahmen werden! Ui! Hier die Stimme aufnahmen! Ob das was geworden ist! Grundsätzlich keinen Bock auf die Flanke! Oh! Oh! Du läufst auch noch rein! Ja! Ich dachte, er wäre mitgegangen, der Junge! Ich dachte, er wäre mitgegangen, der Junge! Oh! 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 Was ist da denn abseits? Oh! 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 Lass ihn mal durchgehen, ey! Los! Lauf! Oh! 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 Mein Spieler ist auch tausend Stunden verletzt bei der Uni. Mach doch was in der Hof! Sei, ey, Korki! Oh mein, ich spür's, wenn's weg. Warum... Alter, der springt ja zur Seite, du! Pass! Nein, abseits! Nein, doch, doch abseits! Fick zu spät. Da kann man dann so viel Anlauf holen. Wo ist da abseits? Da war nicht immer ein Meter, oder? Ich frag nicht, wie die das sehen wollen. Also ich finde, man sollte das schon einbauen, dass es dann ab und zu mal Fehlentscheidungen gibt. Ich find, das wär mal cool, wenn die Schiedsrichter noch mal so ein paar Fehlentscheidungen gibt. Da wollen wir gar nicht viele Entscheidungen haben. Lech hat auf einmal wieder hinter dem Mann am Krieg noch mal Platz da gefunden. Das kann ja auch nicht. Ja, rein rechnerisch wär's aber halt richtig gefiffen. Rechnerisch? Ich glaub, du kennst ja auf Pixie genau. Los! Nervig ist das. Oh, pass den Lauf! Nein, der soll doch nicht da hinspielen! Oh, das wär Abseits gewesen. Das war der Quershow spielender Heini da. Alter! Oh, das sieht aus. Oh, das ist Maxwell, der Seine. Oh, das ist Maxwell, der Seine. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh. Die spielen so ein Zetteln sie keine Energie mehr. Oh, das ist auch nicht. Bei meinem Bremern, da war bis zum Schluss Feuer drin. Bis zum Schluss. Nein! Ich wollte gerade abziehen! Was ist das denn? Der Hunde den Mann weg der Hände bei gar nicht. Kann nicht wahr sein. Ja, gut Alex, gehst du. Du darfst mal schwer. Jetzt schieß doch, Tambo! Ja, das wird sowieso nichts. Wenn er gut schießt, das ist das glaube ich bestimmt wieder drin. Sobald man ihn kennt, immer schön drüber wegschießen. Alter! Er streitet die Latte noch. Ich fang auch schon an zu leiden. Weiß wie du fängst an doch. Ist der wieder nichts vom Ball von dir, der Junge? Oh, Bozema! Riva! Und Aido, was macht und Aido? Das ist nicht wahr. Warum knüppelst du das Ding nicht einfach raus? Oh, dann wieder Totoro! Warum passt du? Ja, ich wollte einfach knüppeln eigentlich. Wenn die mal ihren starken Fuß nehmen würden, aber das reingehen! Das reingehen! Boi! 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 Der Bröcke sitzt jetzt langsam auch an der Konzentration. Oh! Ich fang! Passiv! Boi! Oh, sag mal! Mega! Mega Wamsa! Da wird er aktiv! Nein, er geht zum Ball! Er bewegt sich einen Pixel auf dem Ball zu, weil die Luft da im Wind gedrückt hat. Was ist das denn, Junge? Was ist das denn, Junge? Auch nicht so der Kriller. Das ist ehrlich gesagt. Los, gib mal! Mach mal Wasser! Was ist das denn, Junge? Der hat irgendwie können das mal... Boi! Nein! Ja! 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 Es ist kein Abseits! Ja! 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 Mach die Kamera aus, ne! Ja! Das war wohl ein schönes Zusammenspiel mit Bale! Ja! 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 Das ist ja ordentlich Brustalarm und ich wiketiere so Tourschoß! Das war gut, ja! War eigentlich in der Geräte schon reingehen müssen, ne! Der erste Schuss! Der nämlich gesagt zuvor! Boi! Ich wollte sagen, dass ein Tischfeuerwerk ja schon spannender ist, aber... Jetzt nimmt die Partie Fahrt auf in der wievielten Minute? Vier siebzigsten! Tja! Irgendwie ist ab... Das sagt uns! Oh! Oh! Was war das denn? Oh! Ab der siebzigsten kommt der Eibropeitsparis! Oh, naja, ne! Für Marcelo! Klasse! Feldklasse! Auf Marcelo kann man sich verlassen! Oh! Als Gegenspieler, ja! Kleckern sich nicht gerade da mit Ruhm! Los! Siebra, hol dir die Pille! Oh! Mach den Weg schon wieder frei da, du! Oh! Oh! Den fängt der aus! Da sagt einfach der Bange! Der war natürlich lange in der Luft! Oh! Karvani! Oh, mehr ab mit Karvani, ey! Es gibt nur einen, der noch schlimmer aussieht als Karvani! Ähm, finde ich persönlich jetzt... Die Maria! Ja! Und lästert zu wollen, aber... Tut mir leid! Der gewinnt keinen schönen Preis! Aber er spielt sehr, sehr guten Fußball, muss man sagen! Das muss man echt sagen! Der spielt guten Fußball! Schömer, sehr locker! Was? Bitte! Was ist denn da? Der ist gar nicht so, ja! Der lag schon auf dem Boden! Der lag schon auf dem Boden! Er lag schon auf dem Boden! Ech! Meile, du die Watt für Schweiden hier! Korschi, willst du es jetzt am spannend machen oder nicht? Ich versuch doch, die gar nicht freiges Fußballern zu machen! Irgendwie machst du hier gar nichts! Ja, du wirst aber noch! Tschö Marcelo! Feldklasse! Nichts mehr anbrennen lassen jetzt hier! Nichts mehr anbrennen lassen! Ja, das muss natürlich noch mal Geld geben! Aber das ist ja schon immer so wachs, ja! Du musst ja natürlich auch die Schiedsrichter ein bisschen nachvollziehen haben! Ein bisschen gelitten! Hat so ein komisches Trikot irgendwie rundherum, oder? Alter, der steht da wie so ein Zinser da! Ja, ich bin ich nicht so ein bisschen kalt! Oh! Kamani! Kamani! Er geht! Ja! Der macht den rein! Der macht den rein! Oh, und Dabo verkrümmelt sich in der Ecke! Und schämt sich! Und schämt sich! Und schämt sich! Der macht den rein! Eiskalt! Dieser verdammte Karate ist echt eiskalt. Ich mache ihn, Alter. Ich kann nicht mehr. Traumhaft, Traumhaft, Alter. Du isst die Pille. Schön mit dem Kopfball. Gar nicht lange gefackelt. Nimmt den Kurs an. Spielt den Ball in den richtigen Moment. Und dann ist er los. Das sind Momente. So, was lässt du dir zweimal sagen. Schöne Annahme direkt. Fließende Bewegung. Und dann kommt Tugger. Wenn es überhaupt keine Verlängerung gibt. Was macht ihr dann, wenn Champions League Finale... Da, glaube ich, gibt es das schon, aber... Okay. Wenn ich da bei Meta schieße... Ich denke schon, ja. Boah, dann krieg ich kurz Verfluss auf den. Mach mal in der Meisterliga alles spannender. Schön mit Verlängerung und so einem DFB-Kokal oder so. Da freuen wir uns. Schön, erst mal aufs Heilspiel. Oh Gott, komm, komm, komm. Wenn er jetzt noch den... Cavani ist dabei. Das ist gefährlich. Ist gut tanktig durch. Ja, er hat sich denn da durchgetankt. Hallo? Nee, Tjörn. Tjörn ist unterster. Oh, pass'n Lauf. Oh! Drei Minuten dreißig. Ramos, du musst das Spiel jetzt schnell machen. Mies! Das ist der Cavani, ne? Sensationell. Das war schon nicht so ganz runter, das, ne? Okay. Ihr seid noch mal, ne?